Herzlich Willkommen beim Team Holzvolle Höxter. Mein Name ist Wolfgang Schwindt und ich begrüße Sie auf einem kleinen Rundgang in unserem sehr schönen Ladegeschäft. Untertitelung des ZDF, 2020 Das Team Holzvolle Höxter beschäftigt sich seit rund fünf Jahren mit der Präsentation im eigenen Geschäft hier am Höxter regionaler und überregionaler Hobby- und Profikünstler. Wir kümmern uns hier um die Ausstellung und die Vermarktung, haben das Sortiment im Laufe der Zeit sukzessive in die verschiedensten Richtungen erweitert. Holz, Glas, Metall, Drechselkunst und auch lechere Sachen zu trinken sind zu einer hauseigenen Marke geworden. Und wir freuen uns, dass es von der Kundschaft sehr gut angenommen wurde und wird. Die Schwerpunkte sind viele Künstler hier aus dem Ort Höxter, die wir präsentieren, die sich jeder hier vor Ort anschauen kann. Das sind Dinge, die sehr gut ankommen, auch wo wir eine kleine, aber feine Schaumkundschaft haben. Die Schwerpunkte sind viele Künstler hier in die Schwerpunkte. Das ist eine schwauchende Künstler hier aus dem Ort Höxter.